Hey all, hier ist Ronja und heute in Barry Avenue werden wir ganz viele Schauspieler und berühmte Leute treffen und natürlich die Izzy, die ja auch hier wohnt. Falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos und dann würde ich sagen, auf geht's mit der Folge! Ein weiterer wunderschöner Morgen hier in Barry Avenue. Wir sind hier gerade neu eingezogen, Izzy und ich, und wir haben jetzt hier schon so ein super, super cooles Haus. Ich gehe erstmal Zähne putzen, die Zahnbürste, so, zack, 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 jetzt sind wir auch ordentlich gewaschen und haben keinen Mundgeruch mehr vom Morgen und die Izzy müsste eigentlich schon draußen warten. Oh, hoppala, meine Tür war auf die ganze Nacht. Ah, die Izzy ist bestimmt drüben bei sich zu Hause, sie wohnt nämlich gegenüber in diesem schönen blauen Haus scheinbar. So, hallo? Izzy, bist du zu Hause? Ich gehe einfach mal rein. Oh, wow, das ist so hübsch. Oh, bist du gerade hier in einem Meeting? Was möchten Sie denn heute kaufen? Ich habe eine Immobilie in der Straße nebenan übrig. Oh, äh, ja doch, da war ich sehr interessiert dran. Wunderschöner, offener Wohnbereich. Ein riesiger Balkon. Oh, ein riesiger Balkon. Oh, warte mal, Ronja, du bist das heiß. Hi, warte, sind wir ein bisschen Immobilienmaklerin? Ich bin Maklerin geworden. Irgendwie muss man sich ja das Geld verdienen, sich diese schönen Häuser leisten zu können. Und die Outfits. Ich meine, du siehst sehr süß aus. Danke, du auch. Danke. Oh, dann lass uns mal rausgehen, wenn du hier Maklerin bist. Oh, dann hast du sicher auch ganz viele Häuser verkauft an die ganzen berühmten Leute, die hier wohnen. Na klar, ich weiß, wo jeder wohnt. Oh, wirklich? Warte, läufst du jetzt immer so? Ja, das ist mein Barry Avenue Walk. Wenn ich hier auf die Straße gehe, dann weiß jeder, ah, ist der Catwalk. Easy. Yeah. Oh, wer wohnt in dem Haus da vorne mit dem Sportwagen? Das ist mein zähllicher Look, Ronja. Ja, ist cool. Auf jeden Fall. Ich sehe kein Problem damit. Ich kann mir nur vorstellen, dass es nach einer Zeit so ein bisschen auf die Beine geht, aber wenn es dich nicht stört, dann... Oh mein Gott. Ist das unsere Nachbarin? Das ist Celebrity. Ich glaube, das ist... Ja. Guck mal, sonst hätte die nicht so einen Sportwagen. Hast du ihr nicht das Haus verkauft? Kennst du dich nicht aus? Das ist nämlich... Das ist die Erfinderin von Roblox. Das ist die Erfinderin von Roblox? Ja, ja, das ist sie. Oh, Roblox Pöplapla. Natürlich. Ja, guck dir mal ihre Hose an. Das ist nämlich die erste Vanilla Default Hose von Roblox. Und das ist ihre Tochter, April. Oh, krass, dass wir die Erfinderin von Roblox hier direkt neben uns wohnen haben. Okay, dann wollen wir sie mal nicht weiter stören. Die ist sicher sehr beschäftigt, die... Doch, 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 lass ihr Haus mal angucken. Ach, nee, lass mal reingehen hier. Okay. Ja, ich meine, du darfst ja. Du bist ja die Maklerin. Nein, ich kann nicht rein. Entschuldigung, Mrs. Erfinderin von Roblox. Wir wollen einmal nur kurz rein, bitte. Oh, ich sehe gerade auch im Chat. Ariana, do you want me to walk you in? Meinst du, ist es Ariana Grande, von der sie redet? Vermutlich. Ich kenne sonst keine. Ja, die Wurzeln sind auch in der Straße. Na gut, sie scheint beschäftigt zu sein. Oh mein Gott, du hast ein Fahrrad? Eine Sekunde. Ich lasse mal kurz mein Auto herkommen. Und zwar habe ich diesen schicken lilanen Wagen, der passend zu meinem Outfit ist. Du bist drin? Warte, warte. Ja, ich bin drin im Haus. Warte, du bist im Haus? Wie bist du ins Haus gekommen? Ja, durchs Fenster. Du kannst dich durchs Fenster auf den Stuhl setzen. Guck mal da. Setz dich mal rein. Ja. Sitzen. Ah! Warte, ich bin dann aber wieder draußen gespawnt. Ja, macht nichts, weil du aufspringst und du landest dann halt draußen. Ah, wir können uns ins Schlafzimmer angucken. Oh, das sieht richtig schick aus. Guckst du gerade, ob es noch mehr Stühle gibt? Wir können uns Haus auf den Außen angucken. Wir können ja so quasi reingucken. Warte, hier hinten ist der Garten. Kommt man da rein? Ja. Da kann man drüber hüpfen. Warte, du kommst rein ins Haus. Ich bin drin. Ich bin drin. Ja? Warte, warte, warte. Oh mein Gott, wir sind einfach in das Haus eingebrochen. Einbruch bei Celebrities. Oh, aber das ist so hübsch. Guck mal, was die für eine Küche hat. Dagegen ist meine Küche nicht so riesig. Die hat hier einen eigenen Vorratsschrank. Das ist so ein Premium-Haus, ne? Ich wünsche dir meine Küche sehr so aus. 800 Robux. Ja, gut. Das will ich nicht, wenn sie die Erfinderin von Robux ist, dass sie das dann hat. Ja, das stimmt eigentlich. Richtig schön. Wir kommen ja nicht durch die Tür. Das ist alles abgeschlossen. Was ist, wenn wir hochgehen? Gibt es noch eine obere Etage? Na gucken, ich weiß nicht. Hier war die Küche. Da ist dahinter das Wohnzimmer. Das ist gemütlich, aber... Warte, hier ist jemand drin. Honja. Oh, ehrlich? Oh nein. Na ja, hier ist jemand. Wer ist das? Oh, warte. Oh, warte, das ist sie. Das ist sie. Sie ist gerade reingegangen. Ähm, Entschuldigung. Wir wollten jetzt gar nicht einbrechen. Wir sind gleich weg. Oh, ja. Okay, gut. Dann komme ich wieder mit raus. Was tust du denn da? Ich versuche mich rauszubacken. Okay, ich kann... Oh, oh, ist so schwierig. Wirklich? Von draußen. Auf dem linken Stuhl? Du musst auf einen Sitz gehen und dann ganz oft springen und zum anderen Sitz gucken und weiter E drücken, damit du rauskommst. Ach so, ja. Das ist ja kein Problem. Das ist ja easy. Nein, ich kann nicht raus. Ich bin für immer gesprungen. Du musst dich rausbacken, Ronja. Nein. Du schaffst es auch. Ah, nein. Stopp. Was ist denn... Mehr Durchhaltevermögen. Kannst du Autorien machen? Kann ich da drauf? Lass uns einfach uns rausporten. Wie wäre es damit? Guck, wir wohnen doch nicht weit weg von hier. Wie wäre es, wenn wir uns einfach rausporten? Guck mal, da bin ich auch schon wieder. Ah, da bist du ja. Schön, dich auch mal zu sehen. Hallo. Hallo. Ich bin so langsam bezweifelig, dass du wirklich hier die Maklerin bist, wenn du solche Betonen hast. Ich kenne Tricks in Häuser einzubrechen. Das beweist doch allein, dass ich Maklerin bin. Hä? Okay, ja, dann komm mal mit. Was ist das für ein Auto hier? Das ist mein Auto, okay. Das ist ein Oldtimer oder was? Ja, habe ich mir halt gekauft. Als Investition für mich. So. Aber jetzt sind wir hier und jetzt kann ich dich abgeben bei der Kindertagesstätte. Oh, warte, du bist ausgesprungen. Ich bin schon beim Supermarkt rausgesprungen, aber wir können natürlich auch zur Kita gehen. Ich wollte dich nur halt abgeben, weil, ähm, damit du ein bisschen auch Kita-Betreuung kriegst. Ähm, finde ich fair. Ich dachte nur, das wäre vielleicht nicht schlecht. Dann gehe ich mal. Guck mal, da sind so große Stifte vorne, sah eigentlich ganz cool aus. Ja, ja. Ich spreche jetzt ja nichts dagegen eigentlich. Können wir ja mal. Nö, eigentlich nicht. Also, wieso sollte man in meinem Alter nicht mehr in die Kita gehen können? Eben. Das ist ja auch irgendwo nicht fair, weißt du? Das wäre ja dann auch, warum dürfen das die Kinder, wenn du das nicht darfst? Guck mal, was ist, wenn du mal Mittagsschlaf machen möchtest? Ganz ehrlich, ey, ich würde für den Mittagsschlaf, würde ich alles geben. Guck mal, ich würde Mittagsschlaf machen sie können. Was? Ich darf nicht sitzen. Du bist nicht das richtige Alter dafür, okay? Ich darf nicht dafür. Ich darf nicht sitzen. Was ist denn das hier? Am Ende darfst du nicht mal mehr Mittagsschlaf machen. Ja, ist halt so. Das wäre halt ein bisschen frech. Würde ich arbeiten gehen oder was? Sehe ich halt überhaupt nicht ein. Da sehe ich mich auch nicht. Nee, wie gesagt, ich lasse dich jetzt mal kurz hier. Ich hole dich dann in so ein, drei Stunden wieder ab. Ist das okay? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Ronja, ich mache das jetzt nicht mehr mit. Ich bin jetzt ein Kind. Ja, ist fair, denke ich. Siehst sehr funny aus, weil du so dein Popstar-Outfit an hast. Jetzt bist du ein kleines Kind. Kuschel-Teddy-Bären. Mama, kannst du mir ein Pudding machen? Yay. Ich bin super überzeugend. Oh, ist das toll. Ich liebe sie. So, während die Easy hier schläft, erkund ich noch ein bisschen die Stadt. Hey, warte mal. Wer bist du denn? Oha, die sieht richtig aus, als wäre sie ein Schauspieler. Schon wieder ein Paparazzi. Oh mein Gott. Die ist sicher berühmt. Das ist nervig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das muss ich Easy unbedingt erzählen, wenn sie aufwacht. Sie versteckt sich hier hinter einem Baum. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Hi. Hey, hey, hey. Nein. Warum versteckst du dich? Ich, äh. Was willst du von mir? Ähm, ich bin neu hier. Ich wollte nur mal gucken, wer du bist. Ja, das, äh. Du weißt genau, wer ich bin. Jeder kennt mich. Oh, warte. Ich hab die Kinoposter gesehen. Du bist im neuen Film. Ja, natürlich. Hä? Wie solltest du mich sonst angesprochen? Oh, keine Ahnung. Ich hab halt noch nicht so wirklich Leute. Ich geb dir von mir aus ein Autogramm. Hast du irgendwas dabei, wo ich unterschreiben kann? Oh mein Gott, äh. Ja, was hab ich denn in meinem Inventar? Hm, was haben wir denn? Was haben wir denn? Ich, ich hab diesen Milchkarton. Ja, dann, äh, gib mal her hier. Äh, okay, ich bin fertig. Oh mein Gott. Viel Spaß damit. Dankeschön. Warte, wo wohnst du? Das geht dich gar nichts an. Aber wir können uns doch mal dein Haus angucken. Mein Haus angucken? Also, tut mir leid, aber ich muss jetzt echt los. Okay, okay, okay. Warte, warte. Ich schieße gleich nicht ins Auto rein. So. Was ist das mit meinem Auto? Ähm, ich, Entschuldigung. Ich, äh, bin eingestiegen und man darf nicht beim Fahren aussteigen. Das ist verboten. Das Auto steht. Und man darf nicht. Wenn das Auto gerade rollt, dann darf man halt nicht aussteigen. Weil es ist lebensgefährlich. Es ist lebensgefährlich. Hallo, wir können weiterfahren. Alles gut. Aussteigen. Hey, wieso hupst du? Ähm, und ich darf nicht aussteigen, weil das Auto fährt ja noch. Der Motor ist auch an. Das ist halt saugefährlich. Hey, warum rennst du weg? Nein. Oh mein Gott. Stopp. Oh Gott, sie hat jetzt noch ein anderes Auto. Nein, 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 nein. Steh weg hier. Nein. Oh, so nah dran. Jetzt komme ich nie hinterher. Ich würde nie herausfinden, wo sie wohnt. Aber wie cool. Wir treffen echte Stars hier in Barry Avenue. Das hätte ich nie gedacht. Oh mein Gott, wie aufregend. Oh mein Gott. Das muss ich unbedingt easy erzählen. Warte, die ist ja eigentlich noch im Kindergarten. Ich habe die einfach hier gelassen. Easy. Warte, bist du hier? Ah, du bist in der kleinen Grabbelgrube. Nö, ich mache jetzt erst mal Mittagsschlaf. Schön, dass du wieder da bist. Du kommst doch gerade für Mittagsschlaf. Ich habe dich doch gerade erst aufgeholt. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Bleib mal hier. Was ist denn? Ich habe draußen einen Schauspieler getroffen. Einen echten. Also eine echte Frau. Cool, gell? Warst du eine Schauspielerin? Dein Ernst? Ja, ja, ja. Kein Wunder, weil wir wohnen ja hier in Barry Avenue. Und da sind ja die ganzen Leute irgendwie so ein bisschen berühmt. Und die meinten, die hat in den ganzen Kinofilmen mitgemacht. Die ist super berühmt. Ich habe mir auch ein Autogramm geholt. Echt? Also ich hatte nicht ein richtig gutes Autogramm. Aber ich hatte diese Milchflasche dabei und da hat sie darauf unterschrieben. Krass Sache. Ich kann es dir zeigen. Du kannst doch nicht einfach die Milch jetzt trinken. Ja doch, die ist ja noch gut. Wir können die ja nicht schlecht werden lassen. Guck, du trinkst sie auf. Ja, sehr, sehr heftig. Ja, ich denke, das können wir auch in unser Zimmer stellen dann. So als Ausstellungsstück. Ich hatte einen sehr entspannten Tag heute in der Kita. Okay. Ja, also ich auch. Ich habe nicht gedacht, dass ich hier Leute kennenlerne. Gut, dann war es das aber mit dieser Feige von Barry Avenue. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und drückt auf die Endcard. Weil dann kommt ihr direkt zur nächsten Feige, Barry Avenue. Die kommt nämlich auf meinem Kanal hier in keine Ahnung wie vielen Tagen. Aber dann verlinke ich die halt, wenn sie draußen ist. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.